In einem Raum jenseits der Zeit liegt eine Welt voller Möglichkeiten bereit, wo parallel Welten sich verweben und unsere Seelen nach Antworten streben. Zeitlinien verschalten, unsere Schicksale vereinen in einem Universum voller Geheimnisse und Träume, der Hyperloben eröffnet und neue Sichtweisen auf unser Sein, auf das Leben im Fluss der Zeit. Vergangenheit und Zukunft in einem Tanz vereint, wo Déjà-vu Erlebnisse die Realität durchdringen. Wir suchen nach Wegen, unsere Seelen zu heilen in den verschiedenen Ebenen, die sich enttönen. Zeitlinien verschnitten, unsere Schicksale vereinen in einem Universum voller Geheimnisse und Träume, der Hyperloben eröffnet und neue Sichtweisen auf unser Sein, auf das Leben im Fluss der Zeit. Durch bewusste Strünge und tiefe Metaton können wir ein Mögel in die Zukunft gewinnen, Unsere spirituelle Identität stärken und verbinden, um Frieden zu finden in den verwohlenen Zeiten. Zeitlinien verschnitten, unsere Schicksale vereinen in einem Universum, Voller Geheimnisse und Träume, der Hyperloben eröffnet und neue Sichtweisen auf unser Sein, auf das Leben im Fluss der Zeit. Lass uns die Zeit fällen, umarmen und verstehen, dass alles miteinander verbunden ist im großen Plan. Mit Einheit gefunden, spielt Totalität als Kompass im Herzen, finden wir unseren Weg durch die Dimensionen. Lasst uns die Zeitwellen, umarmen und verstehen, dass alles miteinander verbunden ist im großen Plan. Mit einer gesunden Spiritualität als Kompass im Herzen, finden wir unseren Weg durch die Dimensionen. Dass vous deiz sulle Zeitblofen im Herzen zu finden! dass alles miteinander verbunden ist im Herzen, dass alles zusammen in unseren Herzen sein, können wir uns alle verbunden sind im Herzen. Dass es die Zeitworte des Lebensgefächs. Die Zeitworte des Lebensgefächs. Das ist im Großen verbunden. Die Zeitworte der Welt vermutlich nicht in meinem Herzen, eine Zeitworte für das Welt. Die Zeitworte des Lebensgefächs ist das Leben, ist es einικό- monk wie bei unseres. Wir freuen unseres! also erreichen uns das decken, Untertitelung des ZDF, 2020